Hallo liebe Fischefrau, lieber Fischermann, hier ist die Inbal von Inbalstero.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 27.01. bis 2.02. aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du dann noch den Link zu den häufigsten Fragen und zu deiner Jahreslegung für 2020. So, schauen wir mal für Fische. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und an die, die neu sind, bei intuitiven Legungen starte ich zuerst mit inneren Visionen und gehe dann zu den Karten über, okay? Also, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Fische vom 27.01. bis 2.02. bitte. Ein Bild bitte. Nee, gib mir etwas anderes, das ich erklären kann, das kann man nicht in Worte fassen. Sonnenblume, okay. Eine riesige Sonnenblume. Sie haben hier eben vorhin so ein, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, Dartboard. Wenn man Dart spielt, auf was schmeißt, Dart, Schild, Dart, was ist das, auf das man da diese Dinger wirft? Das ist eben das Problem, wenn Sie mir irgendwas zeigen, wo ich die Fachbegriffe nicht kenne, dann werde ich hier Mühe haben. Beim Erzählen, jetzt zeigen Sie mir eine Sonnenblume, eine ganz große Sonnenblume aus der Nähe. Okay, die Sonnenblumenkerne, die sehen ganz klar essbar aus, die könnte man rausnehmen und essen. Okay. Da sind einige sogar rausgerupft worden. Die Sonnenblume wirkt sehr vital, sehr schön, das ist ein sattes Gelb, das die Blüten haben. Und da sind diese paar löcherigen Stellen, wo die Sonnenblumenkerne rausgenommen wurden. Wer hat die rausgenommen, bitte? Fische hat die rausgenommen. Was hat Fische damit gemacht? Gegessen, okay. Und was soll ich jetzt damit, bitte? Die sagen mir, siehst du eigentlich nicht, wie vital diese Blume ist. Und die ist wirklich überdurchschnittlich groß, die ist riesig. Also, der innere Teil ist so groß und darüber dann die Blätter, die Blüten. So, das ist eine riesige Sonnenblume und die meinen jetzt so, schau dir mal den Stiel an. Die, also, ähm, es ist wirklich enorm stabil. Wofür steht, bitte, diese Sonnenblume? Wofür steht die Sonnenblume? Für die Sonne. Für die Sonne. Und wieso diese löchrigen Stellen da, die Fische gegessen hat? Das sind die Sorgen, die an Fische genagt haben. Okay. Und trotzdem ist diese Blume immer noch super vital. Also, der Stiel, der ist wirklich der, ich glaube, ich könnte mit dem jemanden hauen. Der ist richtig so dick und hart. Und die Blume an sich, mit den Blüten ist die etwas so groß. Und das, was an dir genagt hat, Fische, das, was dich innerlich aufgefressen hat, das kann dir gar nichts anhaben. Und es kann sein, dass einige von euch sogar auch äußerlich davon beeinflusst wurden. Das ist halt, wenn man viel, wenn man über längere Zeit eine traurige Zeit gehabt hat, dann kann sich das im Gesicht wieder zeigen. Ja, natürlich, was heißt hier kann sich das, das zeigt sich im Gesicht. Und das ist noch recht interessant bei Menschen, die grössere Operation hatten, die verziehen auch 10, 15 Jahre nach dieser Operation immer noch ihr Gesicht ab und zu. Es ist einfach so eine Mimik, eine Gesichtsbewegung, die im Gesicht bleibt für immer. Und du hast da vielleicht was mitgenommen, Fische, so in deinem Gesicht, wo du merkst, ja, das hatte ich vorher nicht. Das ist passiert, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und die Stimmen sagen mir, dass das ganz normale Erfahrungen sind, die du da gemacht hast. Du darfst das nicht als eine Entstellung oder so wahrnehmen, sondern die ganz natürliche Entwicklung deines Gesichts, das ganz natürliche Erwachsenwerden deines Gesichts. Ich meine, wann ist die Pubertät fertig? Spätestens mit 20, ein, 20 bis 25 und trotzdem verändert sich unser Gesicht weiterhin. Bis zum Tode verändert sich unser Gesicht und die Stimmen sagen, mach dir keine Sorgen, Fische, das ist ganz, das ist eine ganz normale Falte da, die du hast, die dazugehört und für dein Alter normal ist. Und du bist weiterhin diese vitale, unglaublich große und starke Sonnenblume. Okay? Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Fische vom 27. bis... vom 27.1. bis 2.2. bitte. Diese Ausgewogenheit, 38. Bei wem ist das gekommen? Skorpion. Skorpion hatte das, keine Überraschungen mehr. Dieses Wesen hier hält, ist eine Waage im Grunde und hier ist ein Glückskeks drin. Glückskekse enthalten Überraschungen, man weiss nie, was da rauskommt und es sind Schriften drin. Und hier ist ein Ei. Bei einem Ei weiss man, was rauskommt, ungefähr. Und hier die Weisheit obendrauf. Was auch immer du durchgemacht hast, Fische, es ist Teil deiner Weisheit jetzt. Es ist Teil deiner Reife. Es ist... Ich meine, auf ihn, was musst du ja zurückblicken. Ja, ja, ja. Manche sagen jetzt ja, aber es muss so schlimm sein. Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Anscheinend schon. 38 steht hier, falls ich es noch nicht gesagt habe. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Fische vom 27.01. bis 2.02. bitte. Nehmen wir bitte Karten zum Liebesleben von Fische für nächste Woche. Hoppala, 5 Sterstäbe. Gar nicht ausgeglichen hier. Also das ist eben genau das, das an dir genagt hat, dass diese Sonnenblumenkerne da dich rauspicken ließ. Ich muss sagen, Fische, diese Sonnenblumenkerne, die hast du selbst rausgepickt. Und du hast einfach, was auch immer passiert ist, das hast du zu sehr an dich herangelassen, Fische. Du hast dich da zu sehr involviert. Jetzt sagst du ja, aber wer soll denn involviert, sonst noch involviert sein, wenn es um mich und meinen Herzensmann, meine Herzensdame geht. Und auch in der Liebe, auch in einer Beziehung geht es darum, dass man immer eine gesunde Distanz zu den eigenen Gefühlen hat. Wenn da wieder Drama ist, wenn da wieder rumgeschrien wird und gemacht wird, muss man einfach innerlich mal Abstand halten zu den eigenen Gefühlen und die Gefühle beobachten, anstatt dass man sie voll auslebt und eins wird mit den Gefühlen und zernagt wird, Sonnenblumenkerne verliert. Das muss nicht sein. Man kann sagen, hey, das sind nur Gefühle. Und wer Gefühle so wichtig nimmt, der soll bitte, der soll mir bitte beweisen, dass Gefühle so lange anhalten können. Bringt mir den wütendsten Mann auf der Welt, der Trump, holt mir den Trump, ich wette mit euch, dass ich ihn auch freundlich erwischen werde. Der wird nicht immer so drauf sein, wie er drauf ist. Und holt mir den freundlichsten Mann auf der Welt und ich werde einen Moment erwischen, wobei ihm auch irgendwas hochkocht in einem Moment. Und dann kann ich auch mit dem Finger draufsagen und sagen, hey, was war vor zwei Minuten damit, was war vor zwei Stunden damit? Ja, das, was da war, ist weg. Aha, also ist es nur ein Gefühl. Abstand. Abstand. Und du bist jetzt hier auch auf Abstand. Also auf diesem Bild hier bist du weit weg vom Drama und ausgeglichen. Ausgeglichen. Und weise. Asta Münzen. Gerechtigkeit umgekehrt. Mehr ein Moment, Fische. Da dürfen sich einige von euch nächste Woche drauf gefasst machen, dass sich hier eine Gelegenheit gibt, um dieses Tamtam hier zurückzulassen und vorwärts zu gehen. Und ihr werdet dann Mühe damit haben, euch hier in diesem neuen Setting vorzustellen. Nicht vergessen, das sind Zukunftsvoraussagen. Ihr könnt nicht alle jetzt schon resonieren. Es gibt, es gibt, es werden hier einige von euch in eine Situation kommen, wo ihr dann plötzlich Ausgewogenheit herstellen müsst. Die, die jetzt nicht nachkommen, müssen dieses Video unbedingt in etwa anderthalb Wochen nochmals anschauen. Wenn das noch nicht eingetroffen ist, dann kann man es nicht verstehen. Da kommt etwas auf euch zu, das euch aus diesem Drama heraus hin zu Stabilität bringen soll. Und nun habt ihr Mühe, hier die Waage gerade zu halten. Hier ist die Waage gerade. Hier ist die gerade Waage umgekehrt gekommen. So ist es gerade und so ist es ungerade. Und hier ist sowieso gar nichts gerade. Und der Grund dafür ist, Fische, dass diese eine Sache, die sich da ergibt, deine Gefühle in Wallung bringen. Und deswegen kannst du nicht ruhig bleiben. Und jetzt nimm das auf, was ich dir vorhin gesagt habe. Halte Abstand. Diese Gefühle hier, die wallen hier hoch und bringen dich außer Gleichgewicht. Und du kannst hier keine faire Entscheidung fällen. Du kannst nicht ausgeglichen überlegen, was muss ich jetzt tun, damit ich keine Glückskekse mehr habe, sondern ein Ei. Wie, damit ich weiß, was ich da dann nachher in der Hand halten werde. Halte Abstand zu deinen Gefühlen. Das Hochkochen hier, das ist eine halbe Stunde, nicht mal. Nicht mal, das wird vielleicht zwei Minuten sein. Und schon ist es wieder vergessen und du bist mit etwas anderem beschäftigt. Es sind nur Gefühle, die dann hier hochkommen werden. Schau mal, die ist hier ganz weit weg irgendwo, hat sich so weit distanziert von den Gefühlen und kann deswegen die Waage gerade halten. Abstand zu den Gefühlen. Da kommt ein Angebot aus dem ganzen Drama heraus, kommt plötzlich ein sauberes, tolles Angebot, das dich total außer Kontrolle geraten lässt. Außer Gleichgewicht, komplett. Mit Kraft. Der Stern. Ich habe das Gefühl, dass diese Frau diesen inneren Löwen in sich, dieser Löwe, das ist ein instinktives Tier. Das ist ein passioniertes Tier. Der faucht und macht und der hat Feuerfarben. Diese Frau hier hat ganz geduldig, ganz ruhig, hat sie diesen Löwen in sich rausgeholt. Und hier haben wir auch wieder ähnliche Kleidung hier. Auch da wieder etwas auf dem Kopf. Hier eine Eule. Hier das Ewigkeitszeichen. Weisheit. Weitsicht. Solche Dinge. Die hat diesen Löwen da aus sich herausgenommen und hält die Gefühle unter Kontrolle. Sagt diesem Löwen, du bist nur ein Gefühl. Du bist nur ein Gefühl. Die Gipfel hier, die sind ganz weit weg. Diese Hochgefühle, die ist auf und ab, die ist ganz weit weg. Und du bist nur ein Gefühl. Beruhige dich, du Kätzchen, du. Wenn du das tust, Fische, wird dir dein Wunsch erfüllt. Dieser Wunsch hängt zusammen mit dieser Münze, wo sich auch dieser Stern hier befindet. Und alles hängt davon ab, wie gut du deine Gefühle unter Kontrolle hast. Okay? Nicht eins werden mit den Gefühlen. Deine Gefühle, das bist nicht du. Deine Seele bist du. Aber nicht Gefühle. Okay? Halte Abstand zu den Gefühlen. Gefühle sind nur Gefühle. Das ist Teil deines Egos. Das ist Teil deines Egos. Abstand. Beobachten. Das sind nur Gefühle. Streicheln. Ruhig bleiben. Und dein Wunsch wird erfüllt. Okay? Ich ziehe jetzt hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe. Dann sehen wir hier, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, über den, der dir dieses Angebot hier macht, aber wissen solltest. Okay? Wichtig einfach. Ja, das möchte ich noch anmerken. Wenn du eben dann, wenn dann dieses Angebot kommt und deine Gefühle in Ballung kommen, erinnere dich an das Bild der Sonnenblume. Wie stabil der ist, der Stiel, der so unglaublich dick war und fast schon wie Holz, mit dem hätte man jemanden verhauen können, sei diese riesige Sonnenblume, die sich nicht daran stört, dass da ein paar Sonnenblumenkerne rausgenommen werden, dass da Wind kommt, Regen kommt, Sturm kommt. Du bist diese unglaublich große Sonnenblume, vitale Sonnenblume, okay? Bleib in deinem stabilen Körper und halte Abstand zu deinen Gefühlen und dann kommt alles gut. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.